Hi Leute, wir sind hier am Kämmerbrückenfest, aber das Problem ist, die CSS-Filme abgelaufen, haben schon gefilmt, aber leider war unser Mikrofon nicht an. Deshalb machen wir jetzt die ganze Runde nochmal und das Problem ist, es regnet. Und deshalb haben wir uns jetzt hier in so einer Passage abgestellt. Und wir werden jetzt dann zur Kämmerbrücke gehen, bis dann, dann sehen wir uns auf der Kämmerbrücke wieder. Hier sind wir wieder und es hat aufgehört zu regnen, nach dem Regen kommt auch immer wieder die Sonne, wie ihr seht. Okay, und jetzt werden wir auf die Kämmerbrücke festgehen. Auf geht's! Es ist sehr viel Musik, wie ihr hören könnt, davon ist ein Hip-Hop-Dance da. Und hier ist es auch ein Musik. Also, wir gehen jetzt erstmal weiter und wir sehen uns dann später noch. Hi, wir sind jetzt hier direkt vor der Kämmerbrücke, aber wir werden jetzt nicht reingehen, weil dann könnt ihr nicht so gut sehen, dass es richtig eine bebaute Brücke ist. Wir werden jetzt hier lang außenrum gehen. Und weiß Niko ein paar Fakten über die Kämmerbrücke? Warte, ich kann nicht, was wir über die Kämmerbrücke erzählen. Warte, eine Sekunde bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Gut, okay. Also. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ähm, die Kämmerbrücke wurde zwischen dem Aachen und dem... Das sind die Sachen, die ich so weiß. Ich habe neulich bei meiner Kämmerbrücke eine Stadtführung gemacht und da werden wir... Da habe ich mir so Sachen aufgeschrieben und da kommen wir jetzt mal... Gehen wir weiter. Und wir werden jetzt hier bei der Kämmerbrücke sein. Mal sehen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Gut, wie ihr alle wisst, heißt ja Erfurt. Erfurt. spiel tun ist aber er so gut und zwar weil es eine hier gibt und zwar dass die fuhrt aber ein bisschen druck ist ein besser wäre das gleich noch ein bisschen auflockern und zwar wenn nico hier weiter rumlaufen wird da wird ich die kamera übernehmen und dann wird die kreber brücke sehen dann werden wir jetzt weiter auf die kreber brücke gehen ok und dann werde ich übernehmen zwischen ja ich bin jetzt dran muss ich sagen also man muss jetzt hier stufen stufe stufe achtung mann stufe 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 und du hast es geschafft mein freund ja ich bin jetzt dran hier ist warm ja ich wollte sie stehen 2 also hier ist es sehr eng fröhlich ja es ist auch eine kirche auf der brücke ist auch sehr cool also ist drauf gehen wir können nur zur kirche gehen ich bin drei schmutzten mysteriös aber sehr schön gemacht Ich muss leider Geld bezahlen am Kloch haben. Ja? Ganz gut, ja. 50 Cent kostet, können wir mal hochgehen. Oh Gott, ich werde doch mal sterben. So. Sehr kirchlich, ein Ort der Stille. Ein Ort der Stille? Was ist da? Gut. Da ist nicht für wen wir hier hochkommen. Okay. Irgendwie klappen. Sehr eng. In dem oben habe ich Schiss. Aber ich treffe übelst knapp. Jetzt geht's noch weiter hoch. 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 Noch weiter, noch weiter. noch mehr hoch alter noch weiter wunderbares sicht auf scheiß gebäude und es geht noch weiter wir müssen so einfach Wir haben jetzt eine spektakuläre Aussicht auf Ehrwut. Was haben wir? Ja, geil. Kannst du uns was erzählen, was zum Beispiel da drüben, diese beiden Kirchkörner? Das ist in der Tat eine, ich denke, Lutherische Kirche, oder? Was ist das? Das ist eigentlich die evangelische. Die erste evangelische Kirche ist die, ähm, in der Kirche. Ja. Der hinten, der ist neben der Kirche, wo der eine Turm so modern und der andere so alt ist. Ähm, da ist der gerade drauf. Auf einen sieht, weiß ich nicht. Und doch, sieht man es eigentlich nicht. Ja, schön. Wo ist das Schöneobjektiv? Ja. Ja, der Mond. Äh. Und unsere Schule müsste auch irgendwo in der Nähe sein. Ja. Oh, ja, wir gehen nach Schule, ich weiß nicht, wie das so aussieht. Okay, vielleicht sehen wir, wie viel, vielleicht haben wir auch nochmal einen Blick auf die, auf die, auf das Fest hier. Da drüben haben wir die Gera, oder? Ja, die Gera. Wenn's falsch ist. Ja, ich hab einfach bewusst, dann die Kommentare schreiben. Okay, ähm, da drüben der Dom. Ja, sehr schön zu sehen. Wundervoll. Das hat sich doch gut im Gegenlicht. Nur Spaß. Wir gehen immer weiter, das geht. Ja, wir haben uns hier gerade durch die Fletsche. Da fahren wir auch mal. Ja, hier haben wir einen gigantischen Blick auf die Krämer. Ja, nein. Wir können aber nochmal ein Chill-Shipping machen. Ja, wir werden gleich noch ein paar Fotos machen. So, jetzt wieder runter. Mal gucken, wie's ist. Boah. Großer Schritt. Nimmst du? Convention Parallelsen andеромal Abspasta. Fahr zu essen, aber es passt gut an seine Aufgabe. Jetzt 40 Sekunden mache ich das einegesetzt. Ja, weil wir Line 2 geschnitten haben. So, das war Esra auf dem Turm, ich denke wir machen gleich nochmal ein kurzes Feedback und dann bis gleich. Und dann bis gleich.